Oh, so, so, YouTube. Hallo, lo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir wollen wieder 18.000 Punkte bekommen. Das machen wir in drei Runden, in denen wir irgendwo in der Welt abgesetzt werden. Ich habe schon unsere Preset wieder vorgeladen. Wir machen drei Runden, unendlich viel Zeit. Wir werden genau herausfinden, wo wir sind. Und ja, mal gucken, wo es uns heute hin verschlägt. Und wir starten mit Runde 1. Runde 1. Äh, Tunesien. Oder so wahrscheinlich. Oder Jordanien. Bin noch unsicher. Aber das ist auch europäisch. Total? FAK. SFA. Sfax, nicht? Soll das sein. Das wäre Tunesien. Also, wie heißt das hier? Das hat so einen Zfax hier. 24 Kilometer weg und Nakata. Nakata. Wo ist Nakata? Norm? Osten, Osten, Süden. Richtung Süden. Nektar. Und wir sind 24 Kilometer von da weg. 24 Kilometer bedeutet aber das hier nur. Also das hier sind 20 Kilometer. Das ist ja krass. Das sind 20 Kilometer. Das hier könnten 24 Kilometer sein. Das bedeutet, wir könnten hier irgendwo sein. Gibt es denn noch ein anderes Nakata? Das wird leider ein bisschen anders geschrieben, aber das ist hier leider gang und gäbe. Dass die Sachen nicht so heißen, wie sie auch dastehen, nicht wahr? Vielleicht können wir es am Arabischen. Ach, das hat keinen arabischen Namen. Okay, halten wir mal die Ecke hier auf jeden Fall fest. Wir haben hier eine gute Startposition. Ich glaube, von hier kann man alles gut einschätzen. Wir haben eine Totaltankstelle. Also Tankstelle sollte sich auch nicht verschwunden haben an der Stelle. Und unsere Straße geht Südwest-Nordost. Südwest-Nordost. Passt auch. Und wir sind an der Kreuzung. Das kann also hier auch irgendwas sein. Südwest-Nordost. Aber hier ist keine Totaltankstelle. Aber ja, irgendwie so, ne? Ich würde nicht sagen, dass wir auf einer Autobahn sind. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir auf der hier sind. Weil hier keine Straßen großartig abgehen. Die Straße sieht jetzt auch nicht so gut aus, auf der wir sind. Ah, hier. Gabes ist hier noch. Und Buakazine. Die Cousine. Findet jemand die Cousine? Buakazine. Die Frage ist, wie groß ist Buakazine? Indien, fast. Arabische Länder. Ja, auf jeden Fall. Wo war Buakazine? Gab es 110? Das hilft mir nicht weiter. Ich habe doch eben Buakazine irgendwo gesehen. Da, Buakazine in die Richtung. Nordwesten, Nordosten, Süden, Westen. In die Richtung. Buakazine. Und das sind zwei Kilometern. Das heißt, das müsste ja eigentlich von... Wenn das Nektar stimmt, hier sein. Und hier steht zumindest keine Stadt dran, nicht? Das bedeutet nicht, dass da keine sind. Sondern, dass sie vielleicht nur nicht eingezeichnet wurden. Also, selbst wenn ich jetzt mal weniger optimistisch sage, wären wir immer noch in dem Rahmen. Viel weiter könnten wir nicht weg sein. Das muss sich in diesem Bereich abspielen. Selbst wenn es hier oben noch einen Nakata im Dings gibt, könnte auch sein, nicht? Vielleicht, dass hier noch ein Nakata ist und wir über die Autobahn dann da hinfahren. Ich sehe hier keine Cousine. Bugahara. Biamuli. Das macht es nicht leicht. Sportverein. Graguer. Sportissimo. Bensalun. Bugtier. Schafort. Okay, wir brauchen andere Hinweise. Ja, und Gabes 110, das ist ja... Irgendwo hier vielleicht. In welche Richtung es gab es? Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Ja. Da gab es. Das heißt, hier zwischen sind wir 110 Kilometer nach da, 20 nach da. Ich glaube, das ist eine gute Aufteilung. Das bedeutet, wir können auch nicht hier sein, weil sonst würden die Richtungen nicht passen. Wir können höchsten hier noch sein. Also, dieser Bogen ist der einzige, in dem wir uns befinden können. Außer die Angaben stimmen nicht oder die Namen stimmen nicht. So, das heißt, eventuell sind wir auf dieser Straße hier. Weil hier ist wenig los. Glaube ich also auch nicht. Ja, eine Totalstankstelle habe ich auch nicht gesehen. Fahren wir nach Süden? Erstmal nach Süden, oder? Eine Pharmacy. Ja, dafür müssen wir erstmal wissen, ja, wir brauchen irgendwie Autobahnauffahrt, von der wir zurückrechnen können, nicht wahr? Irgendwieso? Hm, hilft mir auch nicht. Aber ich muss gestehen, so afrikanische Länder, allein wegen Temperaturen, würde es mich schon nicht interessieren. So, auf Geotestik rumfahren, während mein Ventilator mir ein bisschen Kühle verschafft, bei 25 Grad reicht mir komplett. Aber da irgendwie bei 40 Grad in der Sonne, boah, nee. Also da fahre ich, glaube ich, lieber nach Norwegen und ziehe mir zwei Jacken an. Aber eigentlich finde ich den breiten Grad, auf dem ich hier lebe, schon recht okay. Gerne eher ausgeglichene Temperaturen, nicht so. Eine Insel wäre fast noch besser, weil da ist das Wetter eigentlich konstanter. Oh, da, das ist doch wichtig. Was haben wir denn da? Nach Echafah nach Norden geht's ab. Okay, unsere Straße teilt sich nach Echafah. Lechafah wird das sein, nicht? Lechafah. Okay, unsere Straße teilt sich, das heißt, wir sind hier gerade. Da sind wir. Das heißt, wir sind auf der hier. War viel weiter vorne, als ich dachte. Und zwar sind wir dann hier bei der Total Energy. und wir stehen Richtung, ja, bisschen nach Norden auf der rechten Fahrspur, nicht? Also, hier. Pengobongo, 5,26 Meter. Jawohl. Tunesien besiegt. Und damit geht's in Runde 2. Manchmal geht's echt schnell dann, nicht? Noch ne Pharmacia. Okay, die Gebäude sehen wie Inselgebäude aus, nicht? So Hacienda oder so. Mexico oder Spanien, Portugal, Madeira. Die Sonne steht im Südosten, das heißt, wir sind im Norden. Mexiko ist gerade in den Fokus gerückt. Madeira ist gerade in den Fokus gerückt. Ich hab gerade noch Madeira gesagt. Okay, manchmal sollte ich auch einfach, äh, äh, Madeira? Wo, Madeira? Die sind doch irgendwo Inseln. Das Fundschall, hier, nicht? Madeira, Madellana, nee, warte, Funas, hier, Funas, das ist Madeira. Steht auch irgendwie nicht dran in Google, find ich echt klasse. Also, da muss man sich schon auskennen, dass man weiß, dass das dann Madeira ist. Ich glaub, in irgendeiner Zoom-Stufe taucht Madeira dann auf. Ja. Die Twitch-App für iOS ist grauenhaft. Dazu möchte ich nur eins sagen, die Twitch-App ist generell grauenhaft. Wer die freigegeben hat? Also, ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich glaube, Studium ist nicht das Beste und dass Firmen nur studierte Leute wollen, sei es im Management oder andere Weise, macht die Leute nicht intelligenter, was man an dieser App durchaus sehen kann und nicht nur an dieser App. Auch die neuen, ähm, Clip-Manager, die sind, wenn ich in einer perfekten Welt lebe, in dem ich keinen Benutzer habe, mag das Interface gut sein und der Workflow, aber er entspricht halt nicht der Realität. Es ist am Benutzer vorbei, die sind genauso die App auch und ich habe sie deinstalliert und benutze die Web-Ansicht. Da kann man zwar nicht alles nutzen, aber puh. Ich meine, den Modus mit dem Swipen, der ist nicht schlecht, aber den hätte ich zusätzlich gemacht, nicht ersetzend. So habe ich gar keinen Überblick von, wer ist jetzt wirklich da. Ich sehe wirklich nur den Leuten, die ich folge und dann muss ich da irgendwie scrollen und aufklappen und aufploppen lassen. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Also, ich mache ja auch Workflows die ganze Zeit für Benutzer, aber das, also meine sind auch nicht geil, davon mal abgesehen. Keiner macht perfekte Workflows, aber das, oh mein Gott, Alter. Es ist am Creator vorbei und am Benutzer. Das ist echt übel, wer das designt hat. Villa de Lama da Rossa Richtung Süden. Villa de Lama da Rossa Aber ist sicher, dass da, ich bin Funchal, da unten, hier Madeira, oder? Funchal, nicht das, wie, wie hieß es da? Furnas, nee, Funchal, das suche ich. Und hier muss irgendwo Madeira, da, da steht Madeira, genau. Mann, falsche Insel genommen. Ich wusste aber irgendwas mit vor, von, vor, aber dass es so klein und mittig war, ich wusste, dass es so eine große Stadt. Villa de Lama Villa de Lama Villa de Lama da Rossa Villa de Lama da Rossa Aber ja, lasst uns lieber nicht über diese schreckliche App reden, die Bauchkrämpfe verursacht. Lasst sie uns einfach gemeinsam deinstallieren, nur so kann man ein Zeichen setzen, dass die App nicht gut ist. Wenn sie sehen, Scheiße, von einer Million Downloads sind 800.000 auf einmal weg, dann wissen sie, sie haben Scheiße gebaut. Wenn die aber nicht, wenn die einfach weiter benutzt wird, dann denken die sich, ja, alles richtig gemacht. Man muss über Statistiken und Kaufkraft und Benutzungskraft zeigen, als Benutzer, das war blöd und das gemeinschaftlich und das funktioniert halt nicht, weil die meisten sagen, ja, was soll ich denn sonst machen? Und dieses Ergeben sein, also quasi sind viele Sachen wie Twitch ja ein, ja, ein, ja, ein konkurrenzloses, ähm, aber wie nennt man das? Äh, Monopol. Jetzt hab ich's. Und wo keine Konkurrenz ist, passiert halt Scheiße und wenn die Kunden nicht abwandern können, dann kann die Firma machen, was sie will und das ist immer nicht gut und verhindert auch, ja, guten Fortschritt, weil so überlebt das Schlechte. Okay, ich glaub, das ist zu klein, als dass ich's sehe, aber die Insel ist doch auch nicht so groß. Ja, dass man das hier nicht sehen könnte. Wahrscheinlich ist es nur so einer von diesen Punkten und nicht sowas hier. Okay, wir fahren weiter. Ich kann die iOS-Twitch-App kein Twitch auf dem Fernseh, ohne die iOS-Twitch-App kein Twitch auf dem Fernseh sehen. Ähm, ja, eventuell, wenn du Fire-TV-State oder sowas nutzt, bin ich aber auch kein Fan von. Zum Glück hat unser Fernseher Twitch integriert. Salvador. Okay, sehen wir Salvador. Salvador. Ich müsste den Fernseher in den PC anschließen sonst. Ja, das ist auch blöd. Oder Mini-PC halt irgendwie an den Fernseher bringen, Salvador, Santana, Salvador. Salvador sehe ich jetzt auch nicht. Gut, vielleicht stand da nur Madeira und wir sind nicht auf Madeira. Das würde schon passen, das ist alles portugiesisch. Das kann natürlich auch am Festland sein. vermassieren. Vermassieren. Und da heißt nur etwas wie Madeira, weil es die Insel gibt. Das kann ja auch sein. Pastelena, Mathilde, ne, hilft mir auch noch nicht. Das haben wir in der Runde länger gebraucht, weil wir über die App geredet haben. Verdammt, das hätten wir hier glaube ich schneller abhandeln können. Hoffentlich ist die nächste Runde dann nicht Bangladesch oder so. Dann haben wir echt ein Problem. Auf jeden Fall Portugal, das ist doch schon mal gut. Du nutzt Google Chromecast. Ja gut, der macht ja nur, dass du das rüberschaufeln kannst. Wie oft ich schon auf Madeira in Geotastic war. Du, ich war in ganz vielen Orten noch nie in Geotastic. Aber ich glaube einmal war ich schon mal drauf. Aber kann auch eine andere Insel von Portugal gewesen sein. Ich war auch schon mal auf Mauritius oder wie das heißt und warte, wie heißt das andere hier? Da bin ich eine Zeit lang sehr oft gelandet in Reunion. Boah, da habe ich mich zu Tode gesucht. Eine französische Insel. Ich habe glaube ich eine Stunde die französische Küste abgesucht, bis ich Überseegebiete von Frankreich gegogelt habe, weil ich nicht wusste, dass Reunion französisch ist. Ich kannte die Insel vorher gar nicht. Aber ich sage ja, eventuell sind wir halt auch in der Region von Portugal, wo Madeira nur erwähnt wird, weil für Madeira fehlt der Berg in der Mitte nicht. Aber selbst dann müssen wir weiterfahren und eine Straßennummer kriegen. Wir wissen, wir sind in Salvador dann und das können wir dann relativ gut herausfinden. Dann spielst du doch nicht auf Zeit. Ja, doch. So eine Stunde würde ich maximal für eine Dreierrunde veranschlagen. Danach wird entweder eine zweite Folge gemacht, wenn es sich lohnt, aber wenn es sich nicht lohnt, dann gibt es einen Quick Guess am Ende. Ich möchte auch nicht übertreiben zeitlich. Deswegen mache ich ja nur noch drei Runden. Wobei Portugal und Spanien mit die schlechtesten Geotestik Länder sind. Da bin ich fast noch lieber in Bangladesch. Matafoma Okay, es geprägt. Klasse. Ich denke es ist eher portugiesisches Festland. Es ist viel zu groß sonst würde ich sagen. Es wirkt zumindest groß. Schnell um die Kurve. Schnell um die Kurve. Da haben wir doch was. Casa de Valle de Flores Murcia Marianos Valle de Lama da Rosa HRD Valle de Flores Wir gucken mal hier Valle de Flores Santana Wie heißen die denn hier Distric Faro Beja Valle de Agua Villa Was mich halt nur stutzig gemacht habe waren die ganzen Palmen bei unserer Start Position Das heißt ich würde schon eher Richtung Meer vermuten Santa Maria Insel die auf Träumen geboren Sao Ciao de Presquica De Lima Okay Wir haben hier Valle da Lama Villa Verde Valle heißt ja Tau nicht Hier gibt es halt viele Tee Mirandella vielleicht stand das auch dran Mirandella und nicht Madeira oder sowas nicht das war ja ausgeblichen die Wand die ich gesehen habe sowas kann das natürlich auch gewesen sein aber ich glaube selbst dann finde ich die Sachen hier nicht sind zu klein aber wir bleiben auf der Hauptstraße lieber wie oft warst im zweigrösten Bundesstaat Texas der USA einmal waren wir da einmal Alaska waren wir zweimal lustigerweise da kann ich mich nämlich daran erinnern weil es nur zwei Straßen gibt ja kor kor was gut bei ähm kingdom come deliverance wäre das kor was jetzt sind wir schon aus kor was raus ja die schilder am rand nicht mit den kleinen Pups orten das interessiert mich jetzt alles nicht aber wir fahren sehr lange sehr westlich das schon mal gut nicht so was erkennt man immer ganz gut wenn man so vier fünf Kilometer gerade Strecke hat oh aua wo ist der gegengefahren da anscheinend ohne weil die Straße sah okay aus einfach abbekommen nachts don't drive and drink sag ich dazu nur ich weiß jetzt nicht wie ich in einem war da musst du alle 140 50 folgen einfach auf youtube mal durch gucken und selber zählen plus die live streams die stundenlang gingen früher min 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 mercado pilacaporo auf jeden fall haben die innerorts immer 30 finde ich schon mal sympathisch weil leider steht nie wirklich was dran das sind halt kleine orte und dann war es das dann geht es weiter also ich war einmal in Portugal in einer ähnlichen Ecke und die war äh bei Beja irgendwo hier bei Con Orique oder sowas Santa Barbara de Padres Monte de Soros Rosario Mestras Monte da Vivuas Pinajeros O Miguel ne müssen wir weiterfahren einmal Portugal warst du mit dabei das kann sogar sein Portugal ist gar nicht so selten also ist weniger selten als Spanien interessanterweise auch wo es größer ist San Marino oder Niederlande Niederlande auf jeden Fall würde ich sagen Niederlande war ich öfter San Marino doch San Marino war ich auch öfter als die USA stimmt jetzt ich habe kurz überlegen müssen San Marino aber doch ja ich bin auch öfter in San Marino als in Italien Ministra de Agricultura de Rural de Pescan okay wir sind in Pescan das ist ja schon mal eine Aussage die wir gerade so lesen können da müssen wir nur Pescan finden Beja Pharo Cetubal Evora Santa Arem vielleicht heißt das nur in Stücken Rural E Pescas nicht D wahrscheinlich würde ich hier erstehen was es ist und das kann man nicht lesen aber wie heißen denn die anderen Sachen hier ist vielleicht gar nicht schlecht das zu wissen Porto Alegre okay macht Sinn was haben wir hier oben noch so Branco Coimbra Leira Avero Viseo Guada haben wir echt viele Gebiete nicht Porto Villareal okay das kennt man Brannanka und Vina do Castello okay konnte ich jetzt nicht zuordnen aber es ist eine schönere Ecke von Portugal es gibt auch echt hässliche genau wie in Spanien Spanien kann teilweise so grottig aussehen aber für Madeira wirkt das viel zu groß und flach nicht das heißt der anfängliche Hinweis mit Madeira war ein Trap hat uns in die falsche Fährte geführt falsche Fährte geführt könnte ein Zungenbrecher sein wenn Geotastic Open Source wäre könnte man reinschauen warum man so selten in den USA landet so oft in San Marino kann sogar sein dass es das ist musst du einfach mal auf der Webseite gucken also ich glaube da arbeiten sowieso mehrere an diesem Code aber ich glaube es sind halt vorgefertigte Pinpoints in der Weltplayliste die wirklich von Menschen erstellt wurden die Absetzpunkte weil sonst landest du eventuell am Punkten wo du keine Bilder hast das kann durchaus passieren dass teilweise Strecken einfach schwarz sind und dort kommst du nicht raus weil die Bilder nicht gerendert werden können da bin ich am Anfang öfter reingelaufen ich hatte mal jemand auch hier der das dann immer entfernt hat diese Startpunkte weil wenn Google Bilder updatet geht sowas oft kaputt so da haben wir doch ein richtiges Schild gehabt hinter dem Trecker der hat auch schon wieder hier so einen Propeller Paco Dos Negro Wo ist Paco Aber sieht man das sieht ja wie eine Region aus nicht Paco Dos Negro Unschall ich meine die haben auch gar keine Straße die so wie unsere verlaufen würde nicht durch Felder und Co die haben halt alles Berg nicht also das schließt Madeira jetzt schon aus so und hier oben ist auch sehr bergig das heißt wir können ja nur hier in der Ecke sein wo es eher flacher ist nicht aber das hilft mir noch nicht weiter ich brauche echt eine Straßennummer oder sowas aber da ist Portugal wie Griechenland kriegst nicht geschissen einfach mal eine Straßennummer irgendwo ranzuschreiben oder die steht irgendwo am Rand und du kriegst es einfach nicht mit oder mal so in 100 Kilometern kommt Porto in 50 Kilometern kommt weiß ich nicht Lissabon sowas würde doch Autofahrern schon mal helfen Hast du heute zufällig Knirps geschaut? Natürlich habe ich ihn geschaut leider nicht so viel wie ich gewollt hätte weil heute auf Arbeit natürlich auch extrem viel los war das heißt da habe ich wirklich nur fünf Minuten geschafft nebenbei laufen zu lassen mal aber ja ist auf jeden Fall wieder ein spannendes Projekt nicht und gut weit gekommen bis Österreich und Graz und noch ein Stück weiter wahrscheinlich jetzt ich habe den Schluss nicht mehr gesehen wie weit es ging Kaffee O Falcato da haben wir doch mal was Posto Medico Monte de Viena aber warum schreiben die keine Entfernung ran Mirianos A Nairo da Volta Monte da Viena Wer soll denn das kennen Monte da Viena Ich meine das sind doch auch anscheinend keine Sachen die auf einer Karte auftauchen A Nairo da Volta 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 Kuba habe ich gefunden aber das ist kein Volta Vila Vikosa Elvas Fontaira Anchores Ich meine hieß hier denn etwas bla 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 de blu 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 ne nicht vielleicht hier vorne die Region haben wir nicht abgeschickt Lissabon ok das macht auch Sinn Laira Santa Maria de Feira wie heißt das hier Avero Avero das war das das geht bis hier drüben rein ja aber in den Bergen sind wir auf jeden Fall nicht das würde mich wundern also dann haben wir da eine echt flache Gegend erwischt aber die hier ist zu flach können hier in so einer Randregion irgendwo sein Villanova de Mila Fontes Monta Monta ist ja Berg nicht also deswegen denke ich vielleicht Montenovos aber die Frage ist was zählt hier schon als Berg sowas da muss ich echt weit ran zoomen ne ne das ist auch noch nicht geil Aaaaaaah Iregica ich glaube da gibt es nicht viel ich glaube dahin geht es auch nicht weiter ich denke mal hier wird es weiter gehen ok wir machen eine Sache wir gucken nochmal wie das Dorf hier heißt Paco Dos Negros ok so heißt die dieses Örtchen so wir sind nach Osten gefahren oder vorhin oder bin ich ne ich bin nicht nach Norden gefahren oder das weiß ich jetzt wieder nicht näher an die Ecke kann ich mich nicht erinnern versuchen wir es mal in die Richtung Des Vio Valle de Calvos de Lama de Atela hm Ruhe ok hier haben wir auf jeden Fall einen Straßennamen werden wir also nachher herausfinden müssen wo wir sind er hat sich in Graz am Bahnhof rausgeworfen und sie und ist selbst noch eine Stunde weiter gefahren haben ein Hotelzimmer heute ah ja sie wollten ja auch duschen und so macht ja auch Sinn dass sie dann nach dem Trampen auch mal ein bisschen runter kommen können nicht wahr am Ende heftig Spaß sehr gute Stimmung und eine Stunde im Stau vor Graz ah das ist eklig und das bei so einer kleinen Stadt aber selbst in Berlin kannst du stundenlang Stau haben für einen Kilometer und dann fragst du dich wirklich wie kann das sein aber wie kann das sein wir sind auf einer großen Straße und Desivo heißt Umleitung alles klar er wurde durchs Örtchen umgeleitet das erklärt sich ja einiges und vielleicht kommt jetzt in diese Richtung der Weg ins Glück der Sonne hinterher hey oh was geht sehr bewaldet hmm spannend vielleicht bin ich auch im falschen Land Prost ja aber man muss sagen läuft doch echt gut also echt die richtigen Leute bisher getroffen auf dieser Tramp Tour haben sie jetzt bei kleinen Ortsschildern halte ich nicht mehr an das Problem ist hier gibt es halt auch sehr wenig sag ich mal Infrastruktur Läden nicht die irgendwie ranschreiben willkommen in bla 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 du befindest dich hier sehr wenig offizielle Schilder Matafome okay wir sind in Matafome weil wir sind vorhin aus Matafome in die andere Richtung rausgefahren ich hoffe nicht dass ich in die gleiche Richtung fahre wie vorhin und vorhin irgendwie anders auf diese Richtung gekommen bin war die blaue eine Straßennummer nee Geschwindigkeitsbegrenzung die haben wir schon ganz oft gehabt hier hatte ich ja vorhin schon gesagt dass das ganz gut ist dass die in der Stadt immer 30 haben doch hier bin ich langgefahren oder ja hier bin ich langgekommen okay wir müssen also nach Norden von hier aber wenn ich ja dann muss ich hier aber hier bin ich doch eben lang nicht und dann dreht sich das Ganze und dann kann ich da nicht nach links weil da Umleitung war hmm das heißt ich komme da auf die gleiche Straße wie wenn ich oben rum gehe vielleicht können wir hier nach Norden irgendwie und wieder rausfahren immer mehr als in der Sackgasse landen hier können wir ja eh nicht bei mir ich finde das auch irgendwie so lustig ähm Salvador ja hier Furguesa de Valle de Cavallos da Kamuzuka es sagt mir einfach gar nichts Cassisas de Campinos warte mal wo ist denn die Sonne die Sonne ist im Süden wir sind im Norden passt schon Perna de Mohalda wow boah okay das sind mal Schafe so weit das Auge reicht oh ich hätte nicht gedacht dass Portugal uns heute bricht aber es ist auch eine Scheißstelle ist auch eine echt bescheuerte Stelle oder ich meine wir können jetzt wirklich in der niedrigen Zoom Stufe alles durchgehen und Valle de Calvos und Sematore und wie es heißt suchen und Villa de Rosa oder so Valle de Rosa Irgendwas aber wir sind in der Ecke wo halt echt nur ja quasi links und rechts fällt es mit einem Haus und das ist ein Ort hier ja also ich meine das ist auch alles eingefallen und nachher ist es irgendwo eine Insel noch eine andere Penantia weil es ist schon sehr auffällig dass es irgendwie ja sonst nix hier gibt ne hm ich meine die Ecke ist schon nicht so schlecht hier Paraira ich glaube Paraira kann man sehen Paraira weil da kann ich mich dran erinnern Paraira 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 okay wir gehen mal in die andere Ansicht Paraira Paraira nicht dass wir hier drüben sind aber dann ich glaube Spanien schreibt schon eher Straßennummern ran und hier unten war ich auch schon Paraira 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 Das ist schon mal nicht ganz verkehrt Irgendwo müssen nochmal Straßennummern austauchen nicht in jedem Land das ist Endgegner hier ist Paraira ich hätte Paraira ich hätte Paraira noch größer in Erinnerung aber vielleicht nur weil ich mal danach gesucht habe da ist Paraira oh man jetzt ist das auch noch so ein Name der alle zwei Meter anders geschrieben vorkommt wenn jetzt Google nicht korrekt ist und das falsch geschrieben hat oder im anderen Dialekt dann bin ich wieder aufgeschmissen nicht wahr und wir können ja auch nicht mitten in den Bergen sein ich meine das ist schon ein bisschen hüglich hier das heißt wir fahren in Süden in die Berge rein so wenn wir uns jetzt die Karte mal angucken hier wären die Berge hier das heißt wenn wir in die Berge reinfahren wollen dann macht es eigentlich nur Sinn wenn wir hier gerade rauf fahren auf diese Bergebene irgendwo Montenovo Kotelhaar Sambo wenn man einmal dann etwas fokussiert hat dann findet man es aber wenn man nichts findet dann findet man auch nichts Weisheit des Tages wenn man nichts findet findet man nichts mein Lebensmotto oder wir sind irgendwo an der Grenze wo ich nie hingucke Vergiss Paraira Valle Lama de Atela Alpi Kera das Problem ist das heißt halt alles so nur mehr Ortsnamen wir haben jetzt 35 Minuten und ich würde sagen ich mache hier einen Cut in der Folge weil wir haben danach noch eine Runde wir sehen uns bis gleich